Wow, der Modepodcast von Gala und Stern. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wow, dem Modepodcast von Gala und Stern. Heute sprechen wir über die First Class der Fashion, quasi dem Champagner im Kleiderschrank, Luxusmode und die damit verbundene Lust auf Logos. Luxus boomt. Weltweit und sogar in Corona-Zeiten und während der härtesten Lockdowns. Ich habe das hier in Hamburg am Neuen Wall beobachten können. Selbst als alle Stores geschlossen waren, standen viele Kunden jeden Tag vor den großen Stores von Vuitton, Tiffany oder Chanel und haben ihre Einkäufe mit Click & Collect abgeholt. Wir haben gerade im Stern eine Geschichte über den Luxusmarkt in Asien recherchiert und meine absolute Lieblingsinfo ist, im zweitgrößten Ermess-Store in der 13,5 Millionen Metropole Guangzhou wurden umgerechnet 2,7 Millionen Dollar umgesetzt an einem einzigen Tag. Einer, der sich mit Luxus und vor allem auch mit den Logos der Marken, mit denen man sich schmückt, auskennt, ist mein heutiger Gast Dirk Schönberger. Ich habe Dirk vor vielen Jahren kennengelernt, als er Designer der deutschen Marke Job war und mit spektakulären Fashion-Shows, beispielsweise im Olympiastadion, die Berliner Modemoche zum Glänzen gebracht hat. Dann wechselte er als Kreativdirektor zu Adidas und modernisierte vor allem durch Designer-Kooperationen, beispielsweise mit Raf Simons, Rick Owens, Rita Ora und Farrell Williams die Marke. Und wer heute von euch genau jetzt einen weißen Sneaker, vielleicht sogar einen Stan Smith-Turnschuh trägt, kann sich bei Dirk bedanken, denn er brachte den legendären Tennisschuh wieder auf den Markt und sorgte für den Trend der weißen Turnschuhe. 2018 gab Schönberger seinen Wechsel von Adidas zur Luxusmarke MCM bekannt. Dort verantwortet er mit einem großartigen Titel Global Creative Officer, das komplette Auftreten der Marke. Dirk ist also der richtige Gesprächspartner. Herzlich willkommen, lieber Dirk. Hallo Markus. Corona-bedingt sehen wir uns nur über kleinen Bildschirmen, aber schön, dass es geklappt hat. Du bist jetzt gerade in deinem Atelier und um dich so ein bisschen besser kennenzulernen, erstmal so ein paar persönliche Fragen zum Thema Mode. Die Fashion Session Was ist dein teuerstes Kleidungsstück im Schrank? Mein teuerstes Kleidungsstück im Schrank? Da müsste ich echt nachdenken, weil ich mir selten Dinge kaufe. Ich glaube, das wird wahrscheinlich ein Bottega Veneta-Mantel sein, den ich mir allerdings auch schon vor fast zehn Jahren gekauft habe. Das wird mein teuerstes Kleidungsstück sein. Ein wunderbarer Mantel, der so aus so einem fast zu einer Armeedecken ähnlichen Stoff ist. Also ein ganz toller Mantel. Liebe ich. Und von welchen Fashion Pieces kannst du nicht genug haben? Was hast du am meisten im Schrank? Ich habe am meisten im Schrank schwarze T-Shirts. Crewneck. Und Sneaker? Ach, das ist schwierig. Also ich bin jetzt so, ich liebe Sneaker natürlich immer noch, aber ich bin so Schritt für Schritt dann doch wieder auf Lederschuhe umgestiegen. Also entweder natürlich von MCM oder ich habe auch noch so ein paar andere Marken im Schrank an Lederschuhen, weil wir hier natürlich sehr viel Sneaker machen. Aber ich trage nach wie vor Sneaker, aber ich bin gerade so ein bisschen auf dem Weg wieder zurück zum Lederschuh. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Eine Frage noch vorher. Was war dein größter Fehlkauf? Ach, das weiß ich gar nicht. Ich kaufe mir ja manchmal auch Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie nie anziehen werde. Einfach so, weil ich sie gerne haben möchte. Also ich habe so ein paar Teile. Fürs Archiv? Ja, genau. Für mein eigenes Archiv, weil ich liebe Mode so sehr, dass es so manche Teile gibt, die will ich haben. Und ich weiß ganz genau, die sind eigentlich nicht für mich gemacht. Und ich weiß dann auch immer, mir geht es genauso und ich muss es haben und ich weiß, ich traue mich das niemals anzuziehen und ich muss es aber besitzen. Total strange. Aber vielleicht macht das, da sind wir nämlich jetzt auch schon beim Thema richtige Luxusmode, vielleicht macht es das ja auch aus, oder? Dass es so ein Begehren auslöst und man muss es einfach haben und denkt, egal. Genau, darum geht es ja eigentlich auch bei Luxusmode. Es geht ja da gar nicht um eine rationale Entscheidung. Es geht ja darum, die sind ja, würde ich mal so sagen, 95 Prozent einfach emotional getrieben Luxusmarken. Also man entweder, ob man die Marke liebt und deshalb was besitzen möchte von der Marke oder ob man das Teil liebt und komme, was wolle, kauft man sich, egal wie teuer. Oder man spart sogar dafür. Da kann ich mich noch daran erinnern, in den 80ern, wenn man auf Designerteile wirklich gespart hat, um die sich zu kaufen. Aber das ist ja genau der Punkt. Darum geht es ja bei Luxusmode. Und das ist ja auch der Unterschied, warum es eben da auch oft gar nicht mehr um Funktionen geht, sondern wirklich nur um Liebe eigentlich. Ja, ich habe letztens im Kleiderschrank auch meine allererste, mein allererstes Designerstück war eine Gucci-Lederjacke, so unter Tom Ford's Zeiten von David Beckham. Der hatte die damals an, da habe ich auch gearbeitet in einer Boutique im Lager, nur um dieses Ding zu bezahlen. Die hat damals 600 Mark gekostet. Ich glaube, 300 Euro gibt es jetzt ein T-Shirt bei Gucci so ungefähr. Aber ich habe die noch und irgendwie war das ein gutes Gefühl. Man war total aufgeregt, aber so wird es ja auch ganz vielen Kunden heute gehen. Also dieses Gefühl von Luxus-Fashion, diesen Reiz, in so einen Laden zu gehen, der hat sich eigentlich gar nicht geändert, oder? Ja, nee, absolut. Absolut. Also mein erstes Teil war ein Jean-Paul Gaultier-Anzug, den ich von meinen Eltern zum Abitur bekommen habe. Und ich habe neulich noch ein Foto gesehen, als ich den Anzug getragen habe. Echt erstaunlich, dass man in den 80er-Jahren so alles gekauft hat. Und, aber das ist halt eben, ja, also ich weiß gar nicht, ob ich den noch irgendwo habe, den Anzug, ehrlich gesagt. Das wäre, muss ich mal gucken. Aber, also bei mir war das ja schon immer so. Ich bin da auch vollkommen irrational. Das ist mir auch wurscht. Also ich darf da auch gar nicht drüber nachdenken, was man für Sachen ausgibt, ehrlich gesagt. Sonst würde ich es nicht mehr tun, das Kaufen. Aber trotzdem hast du am meisten schwarze T-Shirts im Schaden. Ja, ja, weil am Ende ist es so, man, das hat bei mir auch was wirklich damit zu tun, dass ich eigentlich viel, dass in meinem Kopf zu viel rumgeht und ich morgens nicht, leider nicht die, mir die Zeit nehmen möchte, zu entscheiden, wie kombiniere ich heute die Farben. Also deshalb ist bei mir diese, diese sogenannte Designer-Uniform, alles in schwarz, ist ehrlich gesagt eine, eine Vereinfachung meines Tagesablaufs und nicht mehr. Dafür gibt es dann knallige Schuhe. Du hast ja gesagt, dass, also Luxus vor allen Dingen emotional getrieben ist. Das musst du doch auch im Kopf haben, wenn es um Design geht, oder? Ja, absolut. Natürlich als Designer hat man heute, als ich angefangen habe in den 90ern, erst bei Dirk Bickenbergs zu arbeiten, der nun extrem emotionale, starke Schauen gemacht hat, wo er wirklich, wo man eigentlich immer so sagen könnte, der hat immer voll auf die Zwölf gehauen. Und das hat, das hat mich natürlich auch inspiriert, als ich meine Kollektion dann gelauncht habe. Da war das natürlich rein emotional getrieben. Wenn du natürlich anfängst, für eine Marke zu arbeiten, dann kommen natürlich durch die Hintertür und nicht nur durch die Hintertür, auch die kommerziellen Ansprüche, die an eine Marke gestellt werden, auch noch mit rein. Aber natürlich, wenn ich anfange, an einer Kollektion zu arbeiten, ist es rein emotional, das Thema zu wählen, die Farbpalette zu wählen, Materialien, Silhouetten und so weiter. Und die Realität zieht dann für einen Designer früh genug ein. Hast du dich mal damit beschäftigt, was bei deinen Designs das ist, was diese Emotionen dann auslöst? Also was macht das für die Kunden so heiß, jetzt bei MCM beispielsweise? Ja, ich glaube, also bei MCM ist es, glaube ich, so diese Boldness, wie man so schön auf Englisch sagt, also diese totale, diesen Mut, den die Designs haben. Also auch natürlich das Logo bei MCM. Aber dieses Logo immer wieder neu zu interpretieren, neue Materialien zu suchen, neue Silhouetten dafür zu finden, das ist total wichtig, wenn ich an der neuen Saison arbeite. Ich glaube halt auch, dass es bei einer Marke sehr, sehr wichtig ist, dass die, wenn die Marke so eine Geschichte hat wie MCM, dass diese Geschichte auch sichtbar bleibt. Also der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, deshalb ist es auch wichtig, glaube ich, für den Menschen zu Dingen zurückzukehren, die so ein bisschen an diese sich auch erinnern. Ja, wie gesagt, bei MCM, was total wichtig ist, ist, glaube ich, so cleveres Logo-Play, starke Farben, auch wirklich so ein sehr jugendorientierter Look eigentlich, weil wir sind ja jetzt auch kein so ein konservatives, traditionelles Modehaus. Das ist ja, wenn man zurückdenkt an München und wie wild die 70er in München waren, ich glaube, dass das einen Einfluss auf die Marke hatte, auf die DNA der Marke. Und deshalb glaube ich, dass, um einen jungen Kunden und jungen gebliebenen Kunden zu inspirieren, ist also auch dieser Spirit, also dieser Drive aus den 70ern, dieser Glamour, diese Exzentrik fast schon, ist bei MCM total wichtig. Und das ist für mich halt eben sehr interessant, weil die Marken, für die ich gearbeitet habe, die hatten ja alle einen leicht anderen Grund, warum man sie dann kaufen würde. Und für mich ist das, ist auch das Spannende an meinem Beruf, sich auf sowas einzulassen, auf eine Marke und daran zu bauen, darauf zu bauen. Und Logos haben ja immer was sehr Lautes. Warum erleben die gerade so einen Boom? Also ist jetzt auch nicht so ganz neu, ist schon länger, aber die Phase hält ja überraschend wahnsinnig lange an. Ja, und ich glaube auch, am Ende liegt es daran, dass, das wird auch so, ich glaube, am Ende bleibt es auch so mit den Logos. Weil die Logos sind die klare Differenzierung von einer Marke zu einem vielleicht mehr vertikalen Produkt. Was sich natürlich dann auch im Preis unterscheidet. Ich glaube, dass die Logos auch so ein gewisses Gefühl geben einer Zugehörigkeit zu irgendeinem Tribe irgendwie. Und deshalb glaube ich, wird das auch jetzt nicht mehr weggehen. Ich liebe ja sehr, natürlich auch den, gleichzeitig auch den Minimalismus. Aber ich befürchte halt einfach, dass das Großartige am Minimalismus, die Materialien, die Präzision im Schnitt, dass das heutzutage so ein bisschen in den Hintergrund sehr oft getreten ist, weil man sich halt einen simplen Mantel, ein simples Kleid, was okay geschnitten ist, ist ja auch sehr viel billiger als von einer Luxusmarke kaufen kann. Ich bin halt ein Materialfreak. Ich liebe es, tolle Materialien zu benutzen und zu tragen. Deshalb käme das für mich nicht in Frage. Aber ich glaube, dass die Masse der Modekonsumenten sich da ganz klar differenzieren wollen. Und das geht natürlich auch durch ein Logo. Ja, man denkt ja immer so, ach, man will sich so schmücken mit einem Logo. Aber eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Also man muss ja wahnsinnig selbstbewusst sein. Also es gab jetzt ja dieses Bild von Madonna in Las Vegas in diesem kunterbunten Komplett-Logo-Gucci-Look, wo ich erst dachte, jetzt ist sie durchgeknallt. Aber dann dachte ich so, irgendwie ist es aber auch cool, weil die macht einfach, was sie will. Und es gehört ja auch eine bestimmte Stärke dazu, wenn man sowas trägt. Total. Ja, total. Oder beispielsweise Billie Eilish. Also die geht doch auch total lässig mit. Und die hattet ihr ja sogar in deiner ersten Kampagne. Also das ist doch so ein Beispiel, dass es, also die stellt sich dadurch ja gar nicht mit einem Schatten. Also das unterstreicht sie ja eher. Ja, klar. Ich glaube, das wird auch bleiben. Es ist ein Ausdruck der Individualität. Und ja, man mag es mögen oder nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es macht mir jetzt echt Spaß, mit dem Logo zu spielen inzwischen. Also es ist wirklich eine, das auch wieder neu zu interpretieren und dem Ganzen. Weil wenn man immer wieder das Gleiche macht, wird es auch dann langweilig. Und ich glaube, das werden die Konsumenten dann auch negativ wahrnehmen. Und deshalb ist das schon nicht so einfach. Man will ja auch nicht, dass die Leute aussehen wie Clowns. Kommt ja noch dazu. Ja, ja. Und stimmt das eigentlich, dass gerade so eine, ab 14 so eine Generation ranwächst, die ganz anders mit Luxus umgeht als, sagen wir mal, unsere Generation oder so? Also dass die das selbstverständlicher mitmachen und cool finden und dafür ganzes Geld ausgeben? Ja, ich glaube, es liegt sicherlich an mehreren Dingen, warum auch die Jugendlichen jetzt das Geld ausgeben. Also A, glaube ich, dass mehr Geld da ist, was dann auch bei den Kindern landet. Bei meinen Eltern war das damals schwierig, die davon zu überzeugen, mir einen Groutieranzug zum Abi zu kaufen. Aber natürlich auch, das hat was mit Status zu tun. Und es ist tatsächlich, wie du sagst, ich glaube, dass die Hemmschwelle in einen Designerladen zu gehen, die ja früher so Supertempel waren, die sind ja auch nicht mehr so. Die sind ja sehr viel offener geworden. Das ist ja sehr, die Schwelle ist nicht so ganz so hoch, um da reinzukommen. Ich glaube, das hat alles damit was zu tun, dass Luxus auch viel, ja, viel weniger traditionell geworden ist. Und eben auch diese ganze Sportswear-Einflüsse in die Marken reingekommen sind. Und somit eben auch das Publikum, was Sportswear trägt. Der Todesstoß für eine Luxusmarke ist ja immer, wenn man sagt, das sieht alt aus. Ja. Also das ist doch immer so das Allerschlimmste. Oder es gibt ja auch diesen Satz, dass man sagt, die Mutter will immer aussehen wie die Tochter, aber die Tochter niemals wie die Mutter. Klar. Habt ihr das auch immer im Hinterkopf beim Erstellen einer Kollektion oder bei den Kampagnen oder bei allem? Die armen Mütter. Ja, die armen, ja Gott, hält ja jung. Also ich glaube, das ist natürlich logisch. Also klar reden jetzt alle Marken über Millennials, Gen Z und was weiß ich alles. Natürlich wissen wir, dass die Kaufkraft bei einer viel älteren Kundschaft liegt. Aber jede Marke will natürlich für immer jung sein und auch immer weiter mit der Jugend kommunizieren. Das ist der Antrieb auch von jedem Designer. Das ist auch mein Antrieb. Warum ich auch eigentlich viel rede mit all den Kids und Patenkindern, die ich habe, mit denen zu reden, was für Musik hören sie, was finden sie gut, was nervt sie. Rede mit denen über alles, von Politik, über Musik, über Style. Und ich glaube, das ist am Ende ist nun mal so die Hackordnung. Je älter man wird, desto jünger will man eigentlich aussehen. Und es ist so, dass ich glaube, dass so eine Marke, wenn sie einen Kunden so um die 20 als manchmal vielleicht mit so ein paar Inspirationen von sogar jüngeren Kunden, wenn das so das Konzept ist, ich glaube, das spricht dann trotzdem auch moderne, ältere Herrschaften wie mich an. Und damit bleibt so eine Marke auch jung und man bleibt auch selber jung. Weißt du, ich sehe nicht so aus, wie mein Vater in meinem Alter ausgesehen hat. Das ist nicht so. Und meine Freunde auch nicht. Und die sind breit gestreut von konservativ zu Mode. Deshalb, ich glaube, das ist natürlich ein Thema. Es ist natürlich traurig, wenn man dann älter wird und sich in diesen Zwang unterwirft und unterwerfen will. Aber das muss jede Marke machen. Da gibt es keinen Zweifel. Ja, und man denkt ja auch immer, ach, den Jungen, bei denen kommt man doch gar nicht so alt vor. Aber spätestens, wenn man dann doch gesiezt wird, merkt man, dass man doch nicht mehr so ganz auf der Ebene ist. Aber man kann sich das alles anhören. Aber kennst du immer alle Bands und was weiß ich, was dir deine Patenkinder alles berichten? Nein, überhaupt nicht. Wird gegoogelt. Ich höre mir das dann auch an. Also es ist mir schon sehr wichtig, mir das anzuhören. Und manche Dinge, ganz ehrlich, manche Dinge erinnern mich an Musik, die ich gehört habe in meiner Jugend. Weil so viele Referenzen immer wieder zurückkehren. Und dann bin ich so ein bisschen snobby und sage so, das kenne ich alles schon. Und ihr hört Musik, die ich vor 40 Jahren im Ordinal gehört habe. Aber das ist so meine kleine Rache dann noch an denen. Aber sonst, ich höre mir das an. Ich finde das ja auch interessant. Ich finde gerade, wenn man in der Mode arbeitet, darf man nie sich nur darauf verlassen, was man kennt. Und man muss sich manchmal auch wirklich pushen, dass man was schätzen lernt. Ja, man muss sich, finde ich, auch zwingen, immer auch neue Trends mal anzuprobieren und sie zumindest zu kennen. Selbst wenn es schwierig aussieht und man es dann doch lässt. Aber zumindest, weil sonst bleibt man irgendwann stehen und dann hat man doch die Jeans von vor 30 Jahren noch an. Und das ist eine Gefahr. Ich finde aber, das ist auch so die Gefahr, gerade so jetzt in der Phase, wo man nicht mehr so viel verreist. Und so, dass man so ein bisschen auch so beim Look so ein bisschen gemütlich wird und dann doch immer die Basics trägt. Aber man muss sich da wirklich so ein bisschen pushen. Mode kann auch anstrengen. Oh, total. Und nicht nur, wenn man abends in der Mode arbeitet. Nee, genau. Glamour Break. Wer inspiriert dich denn bei Instagram? Oh Gott. Wer inspiriert mich bei Instagram? Oh Gott. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Vielleicht bin ich da auch zu schnell immer weiter, weiter. Also, ähm. Gott, oh Gott. Ich kann es echt nicht beantworten, Markus. Das ist die Antwort. Das ist meine Antwort. Ich kann es nicht beantworten. Vielleicht liegt es auch echt an der Schwämme. Es gibt natürlich super Leute, die da, aber für mich ist das, es ist auch zu viel. Irgendwie. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, ah, der oder die ist super, aber, ja. Man scrollt so durch. Und was ist das wichtigste Must-Have für diesen Sommer? Das wichtigste Must-Have für diesen Sommer, siehst du mal, wenn man nur schwarze T-Shirts trägt, ne. Ich glaube, das Wichtigste, wenn es um Mode geht, eine Strandtasche, damit man wieder endlich zum Strand gehen kann. Und sonst Lichtschutzfaktor 30 mindestens ist das wichtigste Must-Have. Endlich wieder raus. Und welches Luxusprodukt packt man jedes Outfit auf, Basic-Outfit? Tasche, finde ich. Tasche. Mit Logos. Tasche mit Logos, natürlich. Und also ich natürlich, bei mir ist es dann auch noch mehr, sind es die Schuhe, ehrlich gesagt. Ja. Also bei mir persönlich als Mann sehe ich die Schuhe, ich sehe aber so im Allgemeinen ist es eine Tasche auf jeden Fall. Ich liebe ja auch natürlich Taschen, aber ich glaube die Tasche. Wie inspirierst du dich denn zur Zeit? Also du warst ja eigentlich immer nur unterwegs und jetzt die Meilen an der Sanatorenstatus geht nach unten, weil du einfach nicht mehr weg bist. Wie läuft das denn? Ist Berlin so inspirierend, dass das trotzdem alles gut klappt? Ja, die Straßen in Berlin sind ja auch verhältnismäßig leer. Man muss, momentan ist es schon so ein bisschen die Flucht ins Virtuelle und ich gehe gerade zum Teil wieder zurück und gucke mir halt eben so alte Sachen wie Twin Peaks an und einfach um mich mal wieder so ein bisschen Feuer wieder mal anzumachen. Ich habe natürlich auch, wie wahrscheinlich alle anderen, Netflix rauf und runter, Amazon. Ich habe so das Gefühl, ich abonniere jede Woche einen neuen Service, weil ich die anderen schon leer geguckt habe. Und ich bin halt eben extrem visuell. Bei mir geht alles über, was ich sehe. Und deshalb haue ich mir wirklich alles von zum Teil Reality-Sachen über wirklich gut gemachte Serien. Ich gucke gerade The Young Pope mit Jude Law und die nächste Saison. Also jetzt bin ich gar nicht so up-to-date, weil das ist ja schon ein bisschen älter, aber das ist einfach, solche Sachen lösen bei mir natürlich schon wieder so Inspirationswellen aus, die sich sicherlich irgendwann auch mal wieder widerschlagen. Also wartet auf die päpstliche MCM-Kollektion. Ja, sehr schön. Viele Kreuze. Aber kannst du an einem Beispiel mal sowas erklären, weil das ist ja das Spannende für alle eigentlich. Wie wird aus einem Trend, den man sieht, ein Teil in der Kollektion? Ja, ich versuche mich ja, also ich sage ja immer, wenn ich einen Trend sehe, ist es zu spät für eine Modemarke. Also wenn man sagt, im Prinzip war immer so meine Idee, man muss eigentlich das tun, wo man das Bauchgefühl hat, dass das als nächstes kommt. Und das ist nicht... Dann verrat es uns. Ja Gott, das ist natürlich schwierig. Gerade jetzt ist es ganz ehrlich, ich habe jetzt im letzten Jahr schon angefangen. Am Anfang ging es noch und ich merkte aber so gegen Ende des Jahres, wenn man immer nur so aus dem schöpft, was man im Internet sehen kann und am Fernseher sehen kann und in Büchern sehen kann und plötzlich nicht mehr das Erlebnis drumherum hat. Und ich glaube, dass das eben diese 3D-Erfahrung, mehr oder weniger was zu riechen, was zu sehen, anfassen zu können. Ja. Wenn einem das fehlt, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man wirklich so ein bisschen so wie so leer ist. Und das, für mich war das jetzt wirklich eine, jetzt mit der Aussicht, dass es vorbei ist, vorbei ist in Anführungsstrichen, und ich jetzt tatsächlich wieder Leute, wieder mich mehr Leuten öffne und wieder mehr Leute so Schritt für Schritt sehe und auch tatsächlich mal wieder in einen Laden gehe, um mal wieder Dinge... Das löst bei mir schon wieder Dinge aus. Und für mich ist es ja immer so, ich kann es eben nicht erklären, wo die Inspiration herkommt. Ich kann einen Satz in einem Buch lesen und der löst bei mir einfach Bilder aus, die dann... Das ist auch meistens nicht so eine Inspirationsquelle, sondern es sind so Dinge, die so übereinander geschichtet werden und dann irgendwie dadurch auch was Neues entstehen. Aber es ist wirklich, man merkt ja, es gibt ja jetzt so zwei Denkweisen, wie es weitergeht. Geht es jetzt weiter mit totalem Exzess, wenn wir alle geimpft sind? Totaler Exzess, Vollgas, Party, bis alle umfallen? Oder haben Menschen irgendwie reflektiert und denken, naja, vielleicht ist der Exzess auch der Weg in diese Krise gewesen? Und das ist halt eben die Sache. Da verlässt mich momentan auch so ein bisschen mein Bauchgefühl. Ich kann mir vorstellen, wie junge Menschen denken, die wollen Party machen. Das höre ich auch von denen. Also die wollen Gas geben und ich verstehe... Ich auch. Ich kann es auch sehr gut verstehen. Aber es ist... Ich weiß nicht. Ich weiß momentan nicht. Ich glaube, dass tatsächlich so eine... Für mich die Idee von allem, was ich machen möchte jetzt, ist definitiv was, was so das Leben umarmt. Also das einfach positiv, die Freude. Und das wird sich natürlich niederschlagen in der Kollektion. Also es wird natürlich mit einer Farbpalette gespielt werden, mit einem... Vielleicht mit einer Leichtigkeit, die ich vorher vielleicht hier noch nicht so gezeigt habe. Geht jetzt ja auch im Herbst schon wieder los, ne? Also mehr Miniröcke und viel Glitzer, Metallic. Also das ist ja alles schon so in die Richtung, die nächste Party kommt. Die nächste Party kommt, genau. Und auch, dass man tatsächlich sich wieder zeigt. Ich glaube auch, dass wir jetzt, so gemütlich es ist, aber in Sweat-Hoodies und Sweat-Shorts oder was weiß ich, zu Hause abgehangen hat, die Zeiten sind vorbei jetzt, bald. Und ich glaube, die Leute wollen dann auch sich mal wieder die Zeit nehmen, sich anzuziehen. Ja, wie das Beispiel ja auch in Asien zeigt. Also da wird ja auch schon wieder geshoppt ohne Ende. Zurzeit bist du ja wahrscheinlich, weil MCM gehört ja mittlerweile einer Koreanerin. Da bist du wahrscheinlich zurzeit gar nicht, oder? Wann warst du zum letzten Mal? Februar letzten Jahres. Ich war also kurz bevor wirklich dann die Welle rübergeschwappt ist, war ich nochmal da. Und seitdem ist halt eben alles über den Bildschirm. Jedes Meeting ist Bildschirm und jede Konversation. Dinge werden hin und her geschickt, damit man sie auch mal anfassen kann. Das ist nicht so einfach, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich freue mich auch schon wieder darauf. Also ich würde mich nicht freuen, wenn ich so viel reisen müsste wie davor. Ich glaube, das haben wir auch gelernt, dass es nicht sein muss. Aber ich freue mich schon auch mal wieder tatsächlich Menschen zu treffen und mit meinem Team in Korea auch direkt zu arbeiten. Ja, und auch in so Städte einzutauchen, oder? Ja, total. Und da ist ja wahrscheinlich auch gerade Korea ein Riesen-Inspirationsfeld für dich. Absolut. Also auch der Wagemut überhaupt in Asien ist natürlich extrem hoch. Das kennt man noch, wie gesagt, als ich angefangen habe, war Japan natürlich so die Nummer eins. Die haben alle europäischen Designer zuerst gekauft. Und das merkt man halt. Ich glaube, das hat auch so eine Strahlkraft für den Rest Asiens gehabt. Und ich weiß auch noch immer, Südkorea ist halt extrem stark, was Mode angeht. Auch sehr, sehr ausdrucksstarke Mode. Also jetzt nicht mal nur so simpel, simpel. Und auch deren Lifestyle inspiriert oder beeinflusst ja wahrscheinlich auch eure Produkte, oder? Klar. Also wenn jetzt der Asiate nicht mehr bar bezahlt, sondern nur noch mit Karte, braucht er ja eigentlich auch kein Portemonnaie mehr. So ist es. Und natürlich stellt man sich darauf ein, in gewisser Weise. So weit sind wir natürlich in Europa noch nicht ganz. Aber natürlich hat das einen Einfluss. Auf der anderen Seite sind wir natürlich... Eine Laptop-Tasche. Doch, doch, doch. Die brauchen wir auch noch. Die brauchen wir tatsächlich noch. Aber ich glaube halt eben auch wichtig ist bei uns, natürlich sind wir eine Marke. Gut, wir haben natürlich die deutschen Wurzeln und reden auch sehr viel über Deutschland. Wir haben natürlich ein Riesen-Business in Asien, aber auch ein ziemlich großes Business in Amerika. Also wir sind schon auch davon abhängig, jetzt nicht nur so mono-asiatisch zu denken, monokulturell. Sondern wir sind, ich sehe uns schon so als eine wirklich globale Marke, die auch ihre Inspiration wirklich sehr, sehr global auch herholt. Und Europa nach Deutschland steht ja auch noch für so eine Heritage und gute Qualität. Und das wird ja wahrscheinlich ja auch wagen, oder? Das müsst ihr ja auch immer mitspielen. Und wir spielen auch immer wieder mit Elementen, sehr witzige, kleine, so Cartoon-ähnliche Dinge, die natürlich dann auch so vielleicht so auf die Münchner, das Münchner Erbe irgendwie anspielen und auch die Farben und so weiter. Also das ist, wie gesagt, ich glaube, man muss da eine gute Balance finden. Und ich finde, die Marke gibt das ja auch her. Ja. Ganz zum Schluss noch die Do's und Don'ts zum Thema Logos. Ich finde, Do's ist, man muss, darf es nicht übertreiben. Es muss immer am besten irgendwie ein Eyecatcher und der Rest eher Basic. Keine Tapete, nicht wie eine Tapete aussehen wollen. Das ist, glaube ich, das absolute Must, die absolute Regel. Wenn man aussieht wie eine Tapete, ich glaube, dann wird es schwierig. Keine Logos mixen, das finde ich auch immer komisch. Das muss man schon richtig gut hinkriegen. Also Logos mixen ist, da muss man schon super Profi sein, weil das kann tatsächlich vollkommen schief gehen. Ja, weil die Marken ja auch dann für andere Attitüden stehen und dann passt es auch sehr oft einfach von der Produktsprache gar nicht zusammen. Ja, genau. Und ich finde auch, dass man, Vintage-Logos haben ja auch immer noch so einen ganz speziellen Klemmer. Das finde ich ja auch immer so ganz geil. Ja, klar. Nee, das ist sicherlich super. So Vintage-Logos sind, das ist sehr, sehr interessant. Ja, absolut. Super, vielen Dank. Ich danke dir, Markus. Ja, absolut. Mir auch. Wow. 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 Wow, der Modepodcast von Gala und Stern. Halt, noch nicht abschalten. Hier noch ein kleiner Podcast-Tipp. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört. Hallo, ich bin Lara. In Glossip, dem Gala-Beauty-Podcast, geht es nicht nur um Beauty, Body und Botox, sondern auch um emotionale Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Dazu sprechen wir mit Stars und Experten über Tipps, Tricks und natürlich auch über ganz persönliche Erlebnisse. Hört doch mal rein. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast. Auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.